hallo internet und herzlich willkommen bei betriebsrad tv hallo internet du hast mich ja ganz schön in die scheiße geritten letzte woche ich ja wieso ich ja weil wir hier scheiße erzählt haben wer hat erzählt wir beide na ich habe scheiße erzählt aber du hast mir nicht aufgehalten aber du hast die scheiße erzählt und ich bin jetzt schuld oder was ja selbstverständlich ja so läuft das immer einer einer erzählt den unsinn der andere muss sagen nein das ist falsch ich wage doch gar nicht dir zu widersprechen das ist passiert ja auch wir sind menschlich naja du bist menschlich irren ist menschlich und in der hitze des gefechts sind mir letzte woche aussagen aus dem mund geschlüpft die einfach nicht haltbar sind ja es war ein bisschen arbeitgeber polemik die ein bisschen überzogen war ja aber auch da muss man schon bei den fakten bleiben das ist richtig und ich finde es wichtig dass wir gegenüber unseren zusehern da offen und transparent mit umgeben und da danke ich ganz besonders unser zu sehr oder zuseherin gold feier 2006 ja der hat nämlich gesagt oder sie oder sie ihr habt ihr quatsch erzählt ja und zwar an an welcher stelle ja als wir so darüber geredet haben dass es ja immer mal wieder so vorgekommen ist in der vergangenheit ja dass der arbeitgeber gerne mal im grunde bestimmte fehler bei betriebsrats wahlen für sich behalten hat um das dann auszunutzen in dem konkreten fall habe ich gesagt man muss eben darauf achten dass die wählerlisten in ordnung sind ja weil sonst kann der arbeitgeber dann irgendwann kommen und sagen hier falsch und er zweifelt daran dass der betriebsrat korrekt gewählt worden ist und sich im amt halten kann so da sind jetzt ein paar fehler passiert das eine ist ja es war bisher so ein arbeitgeber oder mehrere wahl berechtigte ich glaube drei stück oder die gewerkschaft können eine wahl anfechten allerdings ist das zeitlich begrenzt und das war die kritik wenn man etwas wenn man eine wahl anfechten will dann hat man nur zwei wochen zeit nach veröffentlichung des wahl ergebnisses das ist wichtig ja und richtig und die zweite sache ist weil wir das das haben wir so ein bisschen vermengt weil wir uns da nicht sogar oder ich habe mich da nicht so genau festgelegt es wäre ja auch eventuell die gefahr einer nichtigkeit einer wahl da gibt es keine fristen sondern das kann jederzeit passieren aber da sind die hürden extrem hoch damit eine nichtigkeit einer wahl passiert da müssen also so gravierende fehler passiert sein wie zum beispiel dass man in der betriebsversammlung mal kurz per handheben bestimmt wer denn der neue betriebsrat wird das ist so offensichtlich dass das falsch ist dass dann ganz klar ist dass die wahl nichtig ist und das war ja auch der ursprung um eine lanze für dich zu sprechen für diesen irrtum der dann im video passiert ist weil bei uns im konzern gab es damals ein betrieb der mit einem anderen betrieb zusammengegangen ist und da ist irgendeine wahl zurecht geschwurbelt worden wo jedem klar war dass die nichtig war ja und da hat unser arbeitgeber genau das gemacht von dem du in dem video gesprochen hast dass er damit kokettiert hat jederzeit feststellen zu lassen dass eben nicht nur diese wahl nichtig war sondern daraufhin als folge dann auch die zusammensetzung des gbr und des gabel ja weil das kann dann passieren das ist so ja aber wie gesagt einspruchsfrist gegen eine wahl beziehungsweise anfechtung einer wahl nur innerhalb von zwei wochen und und jetzt kommen wir zu den ganz spannenden ganz spannenden sache als wir letzte woche das video gemacht haben genau an dem tag da ist das betriebsrätemodernisierungsgesetz in kraft getreten das war mir zu dem zeitpunkt nicht bekannt dass das dann an genau an dem tag passiert dann hätten wir uns das vielleicht auch schon durchgelesen und dann wäre vielleicht das alles gar nicht mehr so passiert aber was ist denn da spannendes passiert wir werden zu dem betriebsrätemodernisierungsgesetz noch ein paar videos machen aber jetzt passt es eben perfekt gerade zu dem fehler der uns unterlaufen ist nämlich also die möglichkeit dass so ein arbeitgeber damit spielt ja vielleicht mal falsche angaben gegenüber dem betriebsrat zu machen dass die wählerliste dann nachher nicht stimmt um ihn bewusst mal in eine falle zu locken genau um ihn bewusst in eine falle zu locken und dann wenn die wahl so gelaufen ist dass es ihm nicht gefällt dass er dann sagt oh ich fechte das jetzt mal an das wird in zukunft nicht mehr möglich sein denn das ist jetzt eindeutig in paragraf 19 des betriebsverfassungsgesetzes geregelt eine anfechtung der wahl durch den arbeitgeber ist nicht mehr möglich wenn die fehler gerade dadurch passiert sind dass der arbeitgeber falsche angaben gemacht hat also wenn er zum beispiel behauptet das ist jetzt hier ein leitender angestellter und die wahlkommission kann das in dem moment vielleicht nicht nachprüfen und so weiter und so fort dann findet die wahl statt und dann kommt hinterher heraus das war gar nicht ein leitender angestellter dann kann der arbeitgeber das nicht mehr beanstand eine wirkliche verbesserung ist auch eine absicherung der wahl dass wenn es einsprüche gegen die wählerliste gibt ja dann müssen die vor der wahl bekannt gemacht werden das heißt man wartet eben nicht ab ja wenn man dann erst hinterher kommt und sagt das ist mir jetzt aufgefallen dann ist das zu spät das finde ich reicht schon also heute kein neues großes thema sondern einfach mal eine richtigstellung einfach mal ein bisschen buße tun einfach mal buße tun insbesondere du weil du mir nicht ja natürlich gesagt hat was ich für einen quatsch erzähle das ist korrekt ja das nur was dann war es das schon dann wünschen wir euch alles gute bis zum nächsten mal und tschüss und ich hoffe dass wir heute jetzt schon wieder einen fehler gemacht haben dann können wir einpacken alter dann können wir einpacken dann gibt es hier wirklich nur noch loser tv ja so photo